Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Monuskuchen mit Äpfeln auf Schokoladensauce. Der fruchtige, nussige Monuskuchen mit Äpfeln auf Schokoladensauce ist eine wahre Gaumenfreude, schmeckt nicht nur köstlich zum Kaffee, sondern bietet sich auch ideal als Draufgabe bei einem Fest an. Für vier Personen werden folgende Zutaten benötigt. Teig 10 Eier, Klasse Medium 250 Gramm Graumohn 250 Gramm Haselnüsse Schale eine unbehandelten Bio-Zitrone 200 Gramm Staubzucker, Puderzucker 800 Gramm leicht säuliche Äpfel, zum Beispiel Boskop oder Elster Vanilleschote, ersatzweise 1 pkg Vanillezucker Prise Zimt, optional 2 Centiliter Rum, optional Prise Salz Soße 250 Milliliter Schlagsahne 250 Gramm Schokolade, mindestens 70% Kakaoanteil, optional 2 Centiliter Guter, alter Kognak oder Weinbrand, optional Karamellisierte Walnusskerne, 100 Gramm Walnusskerne, 40 Milliliter Wasser, 50 Gramm Zucker, Prise Zimt, optional Weitere Zutaten Etwas weiche Butter für die Form Folgende Utensilien werden benötigt Küchenwaage Küchenmaschine mit Rührbesen oder Handrührer mit Rührbesen und Schlagkessel oder zwei Schüsseln Nussreibe oder Küchenreibe Nussreibe oder Küchenreibe, Sparschäler oder Messer, Schneidebrett, Schneebesen, Zestenreißer, Küchenreibe, Teigschaber, Runde, ausgefettete Springform 28 cm, Backgitter, Pfanne, Pfannenwänder, Topf, Schüssel Zubereitung Vorbereitung Die Eier trennen Das Mark aus der Vanilleschote schaben Die Nüsse fein reiben Die Äpfel schälen und fein reiben Den Mohn mit den Nüssen vermengen Das Backrohr bei auf 220 Grad Celsius, bei auf 210 Grad Celsius vorheizen Teig Das Eiklar mit einer Prise Salz zu steifem Eischnee schlagen Überkopfprobe Den Eidotter mit Zucker, Vanillemark, Zimt und Zitronenabrieb schaumig rühren Die gäriebenen Äpfel locker unterziehen Zum Schluss abwechselnd den Eischnee und die Mohnnussmischung unterheben Die Springform mit Butter einfetten Den Teig einfüllen Die befüllte Form auf mittlerer Schiene im vorgeheizten Backrohr anfangs bei mit 180 Grad Celsius, bei mit 170 Grad Celsius etwa 30 Minuten backen Nach etwa 30 Minuten die Temperatur langsam auf 190, 180 eines Grad Celsius verringern und nochmals etwa 30 Minuten fertig backen, bis der Kuchen schön goldgelb geworden und gar ist Zubereitung, Holzstäbchentest, Holzstäbchentest Danach den Kuchen aus der Form nehmen und auf dem Backgitter auskühlen lassen Karamellisierte Walnusskerne Das Wasser mit dem Zucker, der Butter und dem Zimt in einer Pfanne erhitzen Die Flüssigkeit unter ständigem Rühren leicht karamellisieren lassen Walnüsse zugeben und unter weiterem Rühren vollständig goldbraun weiter karamellisieren, bis der Zucker nicht mehr glänzt Die Walnüsse auf dem Backpapier ausbreiten und vollständig abkühlen lassen, Vorsicht Der karamellisierte Zucker ist sehr heiß Also höchste Vorsicht im Umgang Schokoladensauce Die Schlagsahne im Topf erwärmen und die Schokolade darin auflösen Gut durchrühren und warm halten Vollendung Den abgekühlten Kuchen auf einen Kuchenteller setzen Mit Staubzucker bestäuben und die karamellisierten Walnusskerne darauf verteilen Den Kuchen in Stücke schneiden Auf Desserttellern die warme Schokoladensauce verteilen Ein Kuchenstück darauf setzen und am besten zu Schlagsahne servieren Als Beilagen eignen sich Heißer oder kalter Kaffee, Tee, Vollmilch, Honigmilch, Vanillemilch oder Kakao Schlag oder Vanillesahne, Vanille, Schokoladen oder ein anderes Eis je nach Geschmack Diese Varianten gibt es Die Haselnüsse können auch durch andere Nüsse wie zum Beispiel Walnüsse oder Mandeln ersetzt werden Anstatt der Äpfel einfach Birnen verwenden Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit!